Sie rennt. Sie rennt. Er ist gerannt. Sie isst. Er hat gegessen. Sie tut Kleidung kaufen. It's hard to hear the beat. Sie kauft Kleidung. Sie hat Kleidung gekauft. Er spielt Fußball gekauft. Er hat Fußball gespielen. Er hat Fußball gespielt. Ich werde Schokolade essen. Ich esse Schokolade. Ich habe Schokolade gegessen. Ich habe Schokolade gegessen. Sie isst schwimmen. Ich werde schwimmen. Ich werde schwimmen. Sie schwimmt. Ich schwimmen. Sie ist schwimmen. Ich bin nicht schwimmen. Nein. Ich bin nicht schwimmen. Ich bin gerannt. Ich bin nicht schwimmen. Hast du ein Buch gekauft? 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 Pimmel? Nein. Ich habe kein Buch gekauft. Ich habe ein Zeitung gekauft. Bietch. Shit. I got that and forgot to record it. I don't know. I didn't hear it. Has to tell me blah chicken monkey Satan monkey say it for me so I can hear it. Has to let the walk in something I got in a guessing? Has to like a walk 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 at this time I got guessing? Has to let the walk at this restaurant I got guessing? I give up. I finally got it. Nein has to we started that's too quick. Nein it is next week Nein nein is Nein ich werde this next naa haaa nein ich warg Pemmel cough Satan monkey monkey Nein Nein. Ich werde... Nein. Nein. Ich werde nichts weg... ergesen. Diesem gegessen. Das ist close enough. Too much talking about restaurants. Gestern habe Bücher gekauft. Gestern habe ich Bücher gekauft. Wann fällst du in die Berge? Ich werde nächste Woche in die Berge fahren. Wann fern sie an Barcelona? Wann fern sie an Barcelona? Wann fern sie an Barcelona? Wann fern sie... Woche? Was machst du? Ich schreibe einen Brief. Brauchst du Brief machen? Brauchst du Brief machen? Brauchst du Brief machen? Nein. Ich habe gestern Brief machen gekauft. Hast du Brief und Schläger gekauft? Hast du Brief und Schläger gekauft? Hast du Brief und Schläger gekauft? Ja, ich habe letzte Woche Briefschläger gekauft. Ja, ich habe letzte Woche Briefschläger gekauft, Pimmelkopf. Er hat seine Blumen, seine Frau Blumen geschaut. Er hat seine Blumen geschaut. Er hat seine Frau Blumen geschaut. I must study my German much more. Hey, at least it wasn't bloß handy. I've got to do a lot of work on this.